ich bin ich bin kacke ich muss das Ding jetzt ausfahren habe ich super hinbekommen na gut dann eben nochmal das habe ich gut gemacht sag mal habe ich nur das Gefühl oder ist hier drin alles verzehrt habe ich mir gerade das Gefühl ich habe hier die falsche Auflösung eingestellt das nervt mich auch noch bei diesem Spiel dass man im Game einfach kaum etwas einstellen kann aber die Auflösung habe ich nicht verändert die Auflösung müsste 1029x1080 sein und so ne ja vielleicht kommst du mir auch nur so vor weil das Ding ist schon echt mega breit das muss man einfach mal sagen boah alter wie geil dieses Teil ist ey ich freue mich ich freue mich ein bisschen aber nur ein bisschen Leute nur ein bisschen so gut dann haben wir die nächste Bahn mal ist das Ding auch schon voll Mensch das geht ja doch schneller na gut man muss auch bedenken das Ding ist dreimal so groß wie wie das Ding ne wie das andere das andere das andere Teil das muss man auch mit bedenken ne jawoll da haben wir sogar einen Erfolg freigeschaltet nice so wir fahren mal das lange Rohr aus oh geil ey so macht Landwirtschaft Spaß Leute so so hmm 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 fünf Stunden später pff tf tft tft tf tf tft so ja das dauert jetzt auch eine Weile bis bis der Ding mal dann leer ist. Das ist logisch, weil das hat einen riesen Korntank. Ne? So. Dann fangen wir mal an. So. Oh. So. Letzte Reihe, oder was, sagst du? Okay. Die sieht aber nicht so schön aus. Hm. So. Ja, fertig, ne? So. Dann. Jo, gut. Fangen wir auch direkt hier an. Das hier sollte kein Problem sein für den. Das haben wir ja im 0,0 nichts fertig. Ganz easy, ganz schnell. So. 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 So, kann ich ja gerade mal einen Schluck trinken. Hm? Hm? So. 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 Also Leute, wenn ihr selbst dieses Spiel spielt, ne? Dieser Mähdrecher hat klare Kaufempfehlungen von mir. Er ist echt übelst geil. So. Oh Mann. Schade, dass das leider nicht ganz genau hingehauen hat mit dem... Ähm... Naja. Wäre halt cool gewesen, wenn ich nicht nochmal extra hier hätte fahren müssen. Boah, das ist ja cool. Man kann tatsächlich hier... ...der Tesor verändern. Kann man das hier so ein bisschen... Kann man das hier so ein bisschen anpassen. Das ist ja echt cool. Finde ich gut. Boah. 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 Dann machen wir schnell dieses Feld noch fertig und... ...und sagen... Da hinten das Feld ist, macht mal schön der Helfer für uns. In der Zeit können wir schon mal den Weizen wegfahren, wenn dann die Preise gut sind. Betonung liegt auf, wenn die Preise gut sind. Ich glaube, die Preise waren gar nicht so geil. Müssen wir mal gucken. Na ja, komm. Oder? Ne, wir machen das ordentlich. Wir machen das ordentlich, machen schön hier. Ne? Oh, das war aber nicht sehr ordentlich. Da will man es einmal ordentlich machen und dann klappt es einfach nicht. Echt eine Frechheit. Absolute Verschämtheit ist das immer. So. Dann den hier mal schnell ausleeren. So. So. So, dann machen wir uns auf den Weg zum anderen Feld. Aber erst... Erst leere ich diesen Anhänger hier aus. Damit wir ordentlich Platz haben, wenn wir da oben das Feld machen. Boah, Alter, welcher Voll-Depp hat denn da sein LKW so hingestellt? Gerade geschlagen, ey. So. Ja, sehr schön. Dann haben wir das Ganze mal abgeliefert. So. 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 Guck mal gerade, wie viel... Sechsen... Echt schon? Was? Bitte was? Schon 76.000? Äh, ja, 76.000. Schon 76 Minuten? 77 Minuten. Okay. 1648, okay. So. Äh, ja. Ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zum Feld da drüben. Und, ja. Ähm... Setze dann den Helfer an. Und kann in der Zeit schon mal das Weizen wegbringen. Oder... Kann ich das? Joa. Da bringt es dann eigentlich voll, dass ich jetzt das Weizen da reingeschüttet habe. Super. Habe ich mir wieder voll nachgedacht. Sonnenaufgang. So. 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 Alles klar. So, Helferlei. Hm. So. In der Zeit können wir mal gucken nach den Preisen. 1,353. 1,3 ist glaube ich ganz okay eigentlich. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich mir auch scheißegal, ich brauche Money. Für die Ballenpresse. Und für so vieles brauche ich noch Money. Ey, hallo. So.